Hallo Gemeinde das sind wir wieder bei Let's Play Minecraft together mit Klopapier Servus hab ich schon so beteiligt das Wandel ist gern genau noch mit Felsken immer noch mit und weiterhin doch gern gut geben unser Bestes und sind abschließend ne egal und wie ihr ja gestern gesehen habt müssen wir hier Fleischsuche betreiben und da haben wir keine Lust drauf deswegen machen wir einfach mal Alternativen genau wir holen uns einfach mal so Farmer und Sklaven die für uns arbeiten genau und da seht ihr schon hier das gibt so die Größe der Farm und da kommt da noch eine hin genau hier da steht da schon eine und wir wollen die halt alle mal automatisieren ja aber das geht ja nicht dass wir da andauernd immer per Hand alles machen wollen wir sind ja wir wollen schon im 20. Jahrhundert wir können schon nur wollen net so so dann wollen wir mal dann wollen wir mal wo bist du denn jetzt hin ja ich such dich auch grad ah du bist schon drin ich bin ins Haus gegangen ich hab mich verstellen so wir haben natürlich wir haben schon ein bisschen vorbereitet hier mach ich nämlich den Logger ne ich mach die Sugarcane Farm du hast ja trotzdem den Logger reingepackt ja Desarek haben wir auch hast du dafür 4 Stück reingetan ne ja 3 ne für 3 ok ok es waren 4 ja ich hab für 4 reingetan aber ist ja egal so dann brauchen wir hier ein Combine das ist der Mitrascher sozusagen für Weizen und hier ist die Weizen Farm einfach stink nochmal Bronze da haben wir ja jede Menge davon so und so also meine Farmen hätte ich mal ja ich hab nur meine meine Sugarcane Farm gemacht ich bin jetzt das durch ah ja genau ja hier noch die Wireless Transmitter hast du die Timer das alles am Start oder ach was Timer ich hab keine Timer ja haben wir ja gesagt zwei Timer und einen Dockellage brauchten wir ich hab keine Timer hast du Timer nö ich hab gesagt ich mach die Wireless Dinger ich hab gesagt ich mach gar nix davon weiß ich aber nix dass er das gesagt hat naja hm ich hab immer so einen furzt trockenen Mund das geht aber gar nix hier bringst du ein Schlückchen ein lecker ein lecker Heißgetränk zu mir nehmen ein Heißgetränk bei dieser Ketten also ja bei uns äh bei uns ist es schon wieder unmöglich das ist wieder saukalt ne bei uns auch ey unglaublich das Wetter weiß nicht was es will ne jetzt steh ich die ganze Zeit hier und mach gar nix das ist natürlich auch gut was soll ich machen Timer zweimal Timer und einmal Dockellage Timer normalen Timer normalen Timer ja brauch mal wieder diese blöden Stone Wafer und die Kacke ich weiß wachs aus passen klauen war nicht alles ich brauch selbst noch ein wenig warte aber weiß Stefan wapp 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 blub blub wapp wapp was weiß ich denn nix erzähl mal komm Schütte mir dein Herz aus Du das jetzt mal unten in unser Crafting-Ding rein Ja, das dauert jetzt zu lange Schauen wir mal, dass wir lieber weiterkommen, damit die User mal was sehen hier Das können wir dann offline machen Was brauchen wir denn? Ja, bist du fertig hier? Gleich, warte mal, just in time, ich bin nicht Beaver So, jetzt bin ich fertig Da wurde ja auch langsam mal Zeit Ja, ich bin nicht der Schnellste, das weißt du ja schon Unglaublich hier Bin nicht der Schnellste So, die brauchen wir Brauchen wir hier, was ist das denn hier? Redstone-Tort Die hatte ich eigentlich auch drin Aber ich glaube, die habe ich schon rausgenommen So, was brauche ich denn noch? Seeds brauche ich natürlich für die Farm Seeds 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 Er braucht Seeds Ich kann die Farm eigentlich ja schon aufstellen ohne dich, oder? Sehe unnützlos Mach doch, ja, mach ruhig Mach ruhig Lass mich ruhig alleine Ja, lass mich ruhig alleine Mach's Ist ja egal Enderman töten Stehe Stehen die Leute mal, wie du zu mir bist? Sehen sie, wie gemein Du willst, du willst nur meinen Körper Gibst du, du willst nur meinen Körper Ja Astral Astral Visualkörper Oh, visual Oh, visual Ach du Scheiße Visual So, einfach tief Weißt du, wie breit die Farm ist? Vom Blöcken her Ja, ne Ja, hab ich dir nicht Ne, ich glaub die Macht, ähm Ach, neun, zehn, elf Hm, knapp Stell dir einfach hin und gib Gib alles Hol von der anderen Farm mal, äh, die, 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 die Und dann machst du das, 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 das und das Genau, und dies und jenes und eines Der hat ja keine Ahnung, der Typ da Ich stell dir einfach jetzt mal hier hin Und dahin Und Und Wie dieses Red Powerzeugkräften, da krieg ich einen an die Lampe, äh An die Lampe Wie viel Timer? Zwei Und einen Doppel Jetzt muss ich direkt mal gucken, ob mein, ob mein, äh Mein Teil da das aushält, oder so, ne? Ne, mein Mikrofon, ach ne, gut Äh Desarek, hast du da für die Desarek noch weiterhin vorbereitet? Einen Timer, ein Timer oder drei Timer? Ein, äh, zwei Mitte Einen oder drei, nimm jetzt Nimm einfach die Mitte, oder? Ich hab zwei Stück jetzt, und jetzt? Einen Doglatch Boah, ich krieg die Tim nie aufgebaut hier Ja, dann behalte ich mal, hm, wie wärs damit? Die Dinger hab ich ja alle Ah Dass du mal was machst hier Ich hab nur ein, ein Lever Leller 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 Lever Haben wir überhaupt Cobblestone? Hehehe Ich denk schon, oder? Cobbl Oh Ach 64 Da unsel, ne, wie willst du denn? So Wie viel brauchen wir von dem Topglatch? Eins Ein einziges Ein einziges Nicht mehr Und ich brauch dann mal dein Körper bitte Ah, der kommt gleich Der angeflogen Die Energietester weg Pflanzen Bepflanzen Wohin denn? Ja, hier, bei meiner Farm da raus, der hat ja du gesetzt und den Keller Wo ist sie denn? Warten, ich spende sie dir Einfach hier daneben hin, ja Zack Einstellen Einstellen Und bei der Farm dann auch dasselbe nochmal in grün Ach du Kacke, ey Verpisst euch, ihr Schweine Müssen wir unten aber mal ein bisschen mehr Dampf drauf geben, oder? Nee, das braucht ja nicht vieles, die lassen wir schön vor sich hin brutzeln, alter Schwede Hier, hast du's bald Ich bin gleich K.O. hier Machst du denn hier schon wieder für? Ja, diese blöden Monster hier So Halt die mir schön vom Leib Halt die mir schön vom Leib Warten, da kommt einer Ey, ey Weg Viel Spaß Du bist eingestellt Ach du Mann, ne Güte Schnell weg da Nein, Mami, ich sterb gleich Warte mal, ich muss auch hier So Ah, hier wird schon angepflanzt Alle schön brav hier Sieht es Alter Breast Ich stelle jetzt mal hier die Sugarcane-Farm hin Und die wollen wir nämlich Zala Hier sind Punkte, 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 Punkte Die brauchen wir alle Ich nehme sie alle Ach, hier Ja, wir müssen ja auch genau mitten in der Nacht bauen, ne Jaja Irgend so ein Voll Voll Trottel, ey So, wo Machen wir's jetzt in die Erde? Machen wir's in die Erde, oder? Ja Mir ist eigentlich relativ egal, du musst ja oben drauf, musst die Dessereck und unten müssen die Pipes Ich werde gleich mal Die Pipes klauen Ein Weg machen Weil wir müssen Ich baue den Weg für die Pipes, ne War das denn jetzt nochmal Wasser, Wasser? Ich muss eh zu meiner Farm rüber Ähm Ja, jeder Sugarcane muss an ein Wasser Ja, wir brauchen hier ein Kranz Wasser um das Ding herum, glaub ich Ja, das kannst variieren wie du willst Ist ganz egal Naja, aber ein Kranz Wasser Dann Kommen Zweimal Land Dann Kommen wieder einer Wasser Dann machen wir das Dann machen wir das Bei Land Zweimal Land Und einmal Wasser Zweimal Land Und einmal Wasser Zweimal Land In der Hose Und einmal Wasser Im Kopf So ist das halt bei dir, ne? Ja, so ist das bei mir Sag das nicht weiter Er hat Ruhrums außen Hahaha Was hab ich Was hab ich Was hab ich Hohlraumsausen Hahaha Ich hab Hohlraumsausen Ist ja geil, kommt da einmal Wasser dazwischen oder zweimal? Keine Ahnung Alter, die scheiß Vieh, hier geh mir auf den Sack, ey Halt du die mir schön vom Leib Doppel Doppel Aber dafür bekomm ich schön Level davon Ey, meine Farm geht hier voll ab Das ist Wasser Land Wasser Land Land Landi Wasser Hier nehm ich lang Hier nehm ich lang Ich hab ein Chatnet ausgeschaltet Chatnet So Riko Was mit Riko? Achso Ich hab ein Chatnet ausgeschaltet Hast du ihn ausgeschaltet? Ja Gleich am Anfang von der Folge Weil ich Angst hatte, dass du was schreibst Jetzt immer durch die Facecam hier, da Vergesse ich alles andere Ja, es ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, ne? Ey, wo sind wir denn hier zuhause? Vor allem ist das nicht so einfach zu interagieren hier Weil ich will ja auch nicht die ganze Zeit einfach nur blöd auf den Bildschirm gucken Und Aber Ich weiß nicht, wie ich das am besten machen soll Aber Ab und so Mit euch redet Man muss da einfach so Deswegen guck ich euch einfach manchmal an Ich guck euch an Rede mit euch Und dann Genau Fühlt ihr euch vielleicht nicht so alleine Nein Wir sind ja da für euch Jetzt machen wir hier Wasser Sugarcane Wasser Sugarcane Wasser Wasser Hast du mal mit dem Wasser? So für wasser wie du da machen willst, da gibt's gar nicht auf der Welt Oder Ja, das reicht Ne, das reicht Ne, das reicht Gibt's reicht's aber Geht ja doch auf, ne? Sag dir das, sag dir das Sag dir das Toll, weiss ich muss bei meiner Fahne hier Wasserzeilen hinsetzen Du hast dir hier die Äh Ja und was mach ich? Ich mach die ganzen beiden, damit dein blödes Weizen hier irgendwo auch eingelagert wird Nein Nein Sugarcane Ja das soll ja einfach nur Ich hab wieder Drecksarbeit unter der Erde Ja ja und ich hab hier Wasser schöpfen Wasser Oh du arme Schweinchen Tust mir nicht leid, weißt du was eigentlich? Ja das ist Ich hab dir mich gut vorstellen So jetzt müssen wir hier Wasser rein machen Ja mach du mal Wasser rein, na komm Mach Wasser rein Zeichen Ja 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 Komm schon mal Wasser rein, komm Tröpfchen Wasser Hier wie ein blöd Mann Hätten wir eigentlich auch mit einer Red Powerpumpe machen können Aber das darf er aufbauen Ja hätt, ja okay Oder? Ja ne du brauchst ja nur einmal eine unendliche Wasserquelle machen drüben Ja bin ich ja schon dabei Ja bin ich ja schon dabei Dann hast du ja fertig Dann hast du ja fertig Wir haben Zeit wieder hier hin Da kommt unser Kobold Unser Kobold Ist ja auch online oder was? Ja das wird online gekommen Ja wie gesagt, ich hab ein Chat nicht ausgeschaltet Schlauerweise Ja schalt dich schnell aus Kobold wie sie hast Bam Bis jetzt, bis jetzt Auch da gibt es die ersten Nachrichten Naja so sehen die Leute wenigstens aber das was auf dem Server los ist Das nicht nur Also nur wir spielen, ne? Nicht nur wir spielen Wir spielen in der Singleplayer-Welt oder so Eigene Server, ne? Ja, aber nein, wir spielen mit Leuten Echten Leuten Ab und zu mal Echten Willst du denn den Pockepulse bauen? Tch Will ich nochmal Gerber Wollen wir Ich nochmal Gerber, Bella Du, ja Meinen Ja sowieso Was denn sonst, ey? Was erwartest du von mir? Dass ich lüge? Nein Schaut ihn euch an Das ist so ein Schlingel Ja, ja, ja So ein Schlingel ist der Klopapier Das geht ab und zu mal voll in die Hose Das geht ab und zu mal voll in die Hose Das Klopapier Ignorier es einfach Ignorier den, ignorier den Ignorier den So, jetzt hab ich hier Wasser gesetzt Ich muss aber hier unten auch Wasser hinsetzen, wo du Ja, just in time, ich bin gleich da Ich komm gleich Was, Andreas MC redet von irgendeinem Pokéball Haben wir einen Mod drauf, wo man einen Pokéball bauen kann? Ja, es gibt ja diesen Pokémon-Mod Aber den haben wir doch nicht drauf Nein Das müssen wir jetzt grad mal kurz gucken Nein, haben wir nicht drauf 1-1-2-6-0 1-1-2-2-6-0 ist bei mir nix Ja, bei mir auch nicht, aber der redet hier im Chat gerade davon, dass er einen Pokéball gebaut hat Ja, ein Singleplayer wahrscheinlich Machst du hier jetzt noch Erde? Ja So Da hat sich meine Frage Beantwortet Der schreibt eine Gasträne und vier Enderperlen Da kann man einen Pokéball mitmachen Kannst du Tiere mit einfangen, hat er geschrieben Ja, aber nicht bei uns Ja, cool Es gibt wohl einen Mod, der Pokéball Pokébälle macht Und wo machen wir jetzt den Tessarek hin, oben drauf? Den Tessarek muss oben drauf, genau So, jetzt schalten wir den mal hier So, jetzt kommt wieder das elendige Thema Elendiges Thema denn Ja, wir brauchen erstmal Sugar, oder? Doch, das ist auf dem Server, Adcrafter Echt? Der will's Kobold jetzt zeigen Okay Kann sein, ich weiß es nicht genau Sugar Oh, wir haben ganze fünf Sugarcane, Baby Fünf Sugarcane Ja, ist aber schon jede Menge, oder? Wenn man das so sagen kann Können wir die hier drauf überhaupt anbauen? Äh, dann machen wir hier Ne, in die Ecke geht nicht, stimmt Stimmt, da muss man noch ein bisschen Licht hin machen, so So ist das mit dem Licht, manchmal brennt es, manchmal nicht So 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 Und das geht auch nicht Und Ich bin auch grad am rumdüfteln Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt hab Ich das hab' wollte Was denn? Ach der Kack hier Warum? Ich mein' das nicht so einfach ist, wie ich mir vorgestellt hab Nach schwarz Das ist ja nicht so einfach Ach da, das mit den Vibes hier Ich denke, das passt jetzt hier kein raus Das muss ich auch mal probieren, wenn der Wenn das ein Pokéball gibt Eine Gasträne Holen wir uns in der nächsten Folge mal eine Gasträne Und dann probieren wir mal aus dem Pokéball Dann machen wir Pokémon-Kämpfe Schreib ihm mal aus welchem Mod das stammen soll Also, ich kann damit jetzt gar nichts anfangen, ehrlich gesagt Also ich weiß auch nicht, ob ihr eine Ahnung habt Ich mein' ich kenn nur einen Mod, der auf Pokébälle einfügt, aber Ist mir neu Ich hab auch keine Ahnung Was hast du denn hier unten gemacht? Eine Leitung Bis nach Ochsenhausen Hey, beide wissen nicht aus welchem Mod das sein soll Okay Siehste, und da schließen wir das an unser System an und fertig Schon waren dann die ganzen Items nach Hause Und das mit High Speed, Glasfaser Glasfaser Hier hinten hast du ja schon hingelegt, gell Ich würde sagen, hier machen wir auch noch eine Umrandung mit Stone Können wir machen Alles ist möglich Guck mal hier, Kobold will direkt wieder abzahnen Warum was denn? Wie abzahnen meinst du? Er hat gerade Andreas gefragt, wie viele er davon hat Hehehe Ich werde auch mal den Chat anschalten, damit wir auch ein bisschen mitlesen können hier So, machen wir doch mal hier ein schönes Brandungchen drum Hier natürlich wieder Hätten wir mal mehr Picks mitnehmen sollen Also habe ich jetzt Kunst Zyklopapier Das kann man immer benutzen Ich habe aber nur noch zwei Enderperlen und keine Gasträne Okay Ja, du passt auch hier schon aus Wo hast du nur die Timer und den ganzen Furz? Da Da liegen sie gut, gell? Wo liegen sie gut? Ne, die Bricks, die Bricks reichen Genau aus für ein Feld und den 64 Stück Okay, gut Wo soll ich die hinsetzen, die Timer? Ja, wir müssen erstmal drin, dann irgendwo Ein kleines, irgendwo hinsetzen einfach Brauchen wir noch dieses Red-Aloy Ah, ja So, geh mal besser irgendwo unten das hinsetzen, damit man das Klack nicht zuhört Setzen wir es Ah, hier ist zu eng Guck mal irgendwo Platz, hier hätten wir besser einen Platz So, in die Ecke hier hin Boah, einfach das Dauglatch Ja, und da das Dauglatch in der Mitte Toglatch? Da muss das So hin Zum Toglatch dann So muss das sein Wo das den Toglatch hin? Daneben, neben Timer Und dann wieder Togl, wieder ein Timer Aber so? Ja, ne, dass er zum Ding schaut, ne, falsch Muss wenn dann zu dem schaut, so Damit er immer wieder umgeschalten wird So, die machen wir auch mal 10 Sekunden Jetzt müssen wir das so verbinden Und hier mal Und da kennt Edgrafter sich aus Ich kenn mich da noch nicht ganz so gut aus Jetzt siehst du, es geht immer ein Timer an Und jetzt können wir sagen Keine Ahnung Hier kommt einmal der Transmitter irgendwo hingeklatscht Können wir einfach hier hin klatschen Mit der ID Das bauen wir offline da nochmal ein bisschen schöner Das ist jetzt nur Ja Welche ID nehmen wir denn? Ab 2000 ist Ohne, also 3000 Wasch Alle Ohne Jetzt können wir hier sagen Mit den hier können wir jetzt steuern Wie lang die Farm in 1 sein soll Ja In unserer Fall sind es jetzt 12, 13, 15 Und mal 15 Sekunden, das reicht Und mit den können wir sagen Mit den können wir sagen Nach welcher Zeit sie sich wieder an Beziehungsweise ausschalten soll Ähm Sag jetzt ist die Auszeit Wie lang sollen die Farm aus sein? Die sollen länger aus sein Die Farm sollen von mir aus 5 Minuten an 1 Minute 5 Minuten aus und 1 Minute an Also 6, 12, 18, 24, 30 Also 300 muss hier hin Und 60 hier hin 60 da hin Genau 300 So, dann ist jetzt 5 Minuten aus 1 Minute an Genau Jetzt müssen wir die Transmitter noch an die Farben stellen, oder? Genau, ich geb dir gleich mal ein Dann kannst du das bei deiner Zuckerrohrfarmer Auf die ID Hä? Aber, aber warum? Das ist doch Auszeit hier Ja? Wenn das hier umschaltet, ist dann hier ein Signal, oder was? Genau, weil dann schaltet sich hier das Dockledge um Schau, ich kann das ja mal simulieren Jetzt würde der Timer hier ablaufen Gibt ein Signal an das Dockledge Das Dockledge schaltet um, zack Und die 3 dauern wir an Dann läuft der eine Minute Genau Alles klar Alles klar Und das musst du bei der Tessarek sagen Nur wenn Signal an ist, soll sie Energie geben Und muss ich das oben drauf stellen, das Ding, oder was? Die Tessarek muss das Rühren Ah, immer dieser Monster echt Kann das überhaupt nicht Ja, du musst jetzt gucken, wie du das am besten machst Wir gehen aber immer nachts raus Ja, immer gehen wir nachts raus, das ist voll kack Das ist Worte hier weg Jetzt hätten wir das gleich wieder auffüllen können Zack und Zack Ich glaube schon mal hier runter Kommt gar kein Wasser, gut Will nicht So, hier sagen wir Wie will das Ding nicht da haben? Was? Der muss doch, der muss in die andere Baustelle Andere Baustelle Kann ich auf die Tessarek nicht zugreifen? End of Stream Ah, jetzt geht's bei mir End of Stream Okay, bei mir ging's Den kam auch kein Wort auf Äh, so Nur wenn Signal An ist Dann Soll sie hier Energie rausgeben Wie krieg ich denn das Ding umgedreht? Was? Diesen Transmitter, das aber wenn ich den Zoo hier hinstelle, ist ein bisschen falsch rum, oder? Äh, ja, dafür gibt's drinnen die Ranch Warten, ich hol sie dir Holt sie mir? Ich hol sie dir diesen Schraubendreher Na, so Das würde ich schielen Buch In der Facecam Ja So, platzier ihn mal Screwdriver Ah Genau, und dann Ah, das kann man hier nicht drauf Guck mal, guck mal hier, der Andreas MC Der holt er sich Damit holt er sich Kühe aus der Mining-Welt Okay So was muss man erstmal kommen Ja, ich kenn das nicht Irgendwann mal schauen So, jetzt hab ich hier 3000 eigentlich Man lernt immer wieder durch die Community Reicht das so? Also ist das so? Nee Weißt du so, reicht das? Oben muss noch ein Block drauf So reicht das Das sieht ja total apfig aus Total apfig aber Können wir das Ding grad hier oben hinstellen? Nee, das geht erst wieder nicht Weil du brauchst wieder einen Block Kann man da kein Kabel Äh, kein, jetzt so ein Kabel drauflegen auf das Ding? Nein, leider nicht Deswegen muss ein Block hin Aber so stört's keiner, so passt eigentlich Wird kein Kann man hier noch umstellen Äh, nur wenn Habe ich schon So, ja Dann haben wir's eh für heute geschafft Alle Farben stehen, arbeiten Tut alles Arbeit Ja, hier muss man natürlich, hier werde ich dann offline noch mich drum kümmern Dass wenn jetzt gewachsen ist So und so und so Ja, jetzt wird hier automatisch abgeerntet Nachpflanzen musst halt Gut, dann setzen wir mal hier rauf Begutachten das Ganze Zeit haben wir denn eigentlich noch? Sind wir schon fertig? Haben wir noch Zeit? Ne, sind wir schon fertig für heute Das geht echt Rucki zucki Also zwei Stück Farmen gebaut, die Schaltung gemacht Was haben wir noch gemacht? Labert, klabert, nur scheiße gemacht Die eine Farm haben wir Automatisiert Automatisiert Noch nicht, okay Genau, das war's dann eigentlich für heute, oder? Ja, das war's für heute Genau Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ansehen Gebt einen Daumen nach oben oder nach unten Für die Hater-Freunde unter uns Macht was ihr wollt, juckt mich nicht Genau Und Hater gibt's immer Ja, was ich meinen, mich juckt leider nicht Und dann Bis zum Nächsten Mal Haut rein Leute Ciao Bye Bye